Wenn du dich bei der Reifersenbank bewerben willst, habe ich folgenden Tipp für dich. Sei du selbst und sei kommunikativ und du solltest gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Damit das auch alles klappt, vergiss nicht deine Unterlagen mitzunehmen. So und jetzt habt keine Angst, bewirb dich bei uns, trau dich und werde ein Teil der Reifersenfamilie.